wir haben ein freut sich und sich der Philipp und ich gehe jetzt dahin das ist ein Mauszeiger so roh, grün, keine Ahnung das weiß ich nicht aber ich hab der Weg ist abgemacht und ich hab Illusionenruhne in der Flasche Your Middle Barracks are under attack ich hole mir jetzt nager als die Ring nein ich auch will und da nix das war es die richtige das ist egal wer hat die richtige was auch da Your Middle Barracks are under attack ich kann schon schnell ich komme von unten und die Anwesstattung dreißig mal runter da da ist sie ich weiß es sind treibt sich um ich komme von oben Your Middle Barracks are under attack ja jetzt sie jetzt mal gießt sie lässt jetzt musst du dir irgendwie ja ich hab P.L. Dings muss drauf gemacht komm drauf 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 ja ich hab mein Exxon ja so wo nice das soll ich mir noch bringen so jetzt hab ich noch nicht mehr oh da lag Jam ja geh geh krieg Jam so jetzt pushen wir hier mit ne ne ich muss einmal zurück weil die Ursa umso ist dem anderen pushe ich aber hier ähm hier ist nicht nur Ursa ich habe Scheiße der Thomas auch aber Leute ihr kriegt die push hier schön Leute Philipp ja ich komme ja ich eile wie der Wind so der macht jetzt auch erstmal schön einen auf ich sterbe Alter wie die kaputt gemacht werden ich bin mal da meine 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 was der andere ist der Tod das ich naja das ich hier generiert äh oh ach krieg ich alter krieg ich hab ja noch Aegis wenn die mich jetzt nicht blockieren hier ja Alter wie steht man wieder auf nachdenken hallo hallo Ulrich Ulrich der Kelle hey nach 20 jetzt ist hey hallo so ich helfe es so gut machen ganz gold ist aber ich habe und fahrt wo ja 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 wo es geht vorher wer von den ganzen Kills keine Ahnung so ich verkauf das jetzt habe ich 8000 so ich schau mir jetzt das teuerste was es gibt Satanic du bist neins Abizal hey was ja das ja Satanic ist auch gut aber Abizal ist teurer da muss man sagen Hafiz hat liegt zu alle ich hab ich hab gleich mal auf mein Geld Geld mal ge... tja Alter ich hab mir jetzt Mild Nair oder wie auch immer vielleicht geholt oder hol ich mir das oder hol ich mir Bloodstone oder Agam Scepter Agam Scepter ooooh wie kaufe ich das achso das muss ich an wenn kann sein z mit schaff aktiv betrachten schaden für zwei Sekunden ignoriert was du aber auch los nachschaden das habe ich normal ja und sich stärker und zwar ja schon gut ne? Ist schon overpowered, aber ist gut. Oh, oh, die sind in der Base, Leute. Shit. Aber ich werde grad hier. Okay, die will mich jetzt. Na, krieg mich aber nicht weiter. Scheiße. Das kommt. Hallo. Ah, ich hab ja noch AEGES, Alter. YOLO. I'm coming wieder. Ah, ich will doch des. Oh, 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 oh. Hallo, kannst du mal aufhören hier? Komm, 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 komm. Ah, ich muss nur noch ein paar bisschen Läden holen. Was ist denn los? Ist der fast tot, oder was? Ja, in der Tat. Ich muss jetzt mal auf die Typsie gehen. Scheiße, ich werde sterben. Ah, der ist fast tot. Ich wollte dir gerade noch helfen. Hab ich den trotzdem bekommen? Ne, ich hab irgendjemand anderen bekommen. Huska hat die Godlike-Serie 2, hat Phantom Assassin. Ja, hat 1300 Gold, kriegt er so. Das ist gar nix hier. So, weil die ja alles blöd sind und sich... Okay, was hat mir hier zu lühen? Ich hab drei Tore, du hast die Godlike-Serie von... ...und ausgebendet, oder? Ne. Ne. Doch, du hast dein 1300 Euro bekommen. Ne, ich hab Ursa gepauert, dann hast du den gepauert. Ah, nee, er hat dich getötet. Was soll mir jetzt holen? Ah, ähm... Ah, ähm... Shadow Blade. Ah, ähm... Oder vielleicht sind wir mehr ein paar Leute. Amulett, ah, nicht, wo wir Amulett auf Freude sind. Das hab ich mit Huska auch mal schön genutzt. Nein, Philipp, hier sind keine Leute, nee. Mann, nee, das ist so ne Qual, neben mich, geht aus Essen und... Den kommt, da kommt doch vorne aufnehmen. Hm, hm, komm ich auf... Haha. Zeit, hast du... Aha! Ah, auf... Gott... Gott... Die Lache war ja mal geil von dem Tippen. Na 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 na... Ja, dann müsst ihr auch mal die Fenzen, der Affe. Und nicht da so dumm rumstehen. Ich sowas mal. Nein. Wof... Aber nicht die richtige... Tisss... Immer wenn die kommt, dir sicher nicht alles... Das ist richtig wichtiger. Nö, den. die zu wissen am 1 und verkehrt er kann ich gar nicht schädt und sich mit Schock das immer mit Schäden getreut ich bin mit 25 wir haben weiterer Sankt er ist da noch mehr will muss er muss aber nicht Joachim ist Welches Level hat er? Ganz schlechtes, weil... und der steht jetzt bei mir. Also Philipp und hier ist... Du darfst jetzt gerne kommen und mir helfen, weil... der Munkun ist fast down. Ich komme so schnell, ich kann. Ah ne, mach ich schon mal alleine. Iiiiih! Macca mit meinem Ohr! Jetzt könntest du mir aber wieder hin. Hä? Da hat er sich wieder verpieselt. Da ist jemand! Scheiße! Cheat, Cheat, Cheat! Warte, ich hätte hier Philipp. Ich kann's ihm gar nix hier. Ich kann's gar nix! Nichts, Kanon! Alter, Platzika liebe ich jetzt auch. Der ist auch mein... Velvet Charakter. Mit Huska. Der fehlt fast auch so lange im Secret Shop, ey. Ich überlegte die ganze Zeit, was sie machen soll. Ich hab 3400... Ja, ich hab' jetzt weg und weg geholt. Wie? Jetzt... Ich bin dafür jetzt verdammt langsam. Ja... Bei Weitungs. Wer kommt... Ah, ich gehe. Ah, ich gehe. Ja, hier... Ja, Ricky, hol' die dir doch. Dann hol' wir uns wieder diese komische Schnäpfe da oben. Ja, da oben wird noch ne andere Schnäpfe. Nein, wir müssen die Schnäpfe... Ja, dann hol' wir sie Schnäpfen wie oben. Ja, okay. Ja, 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 ja. Aber erstmal warten wir auf Creeps. Willst du mir? Ja. Ich glaub' immer die oberste ist das komische Ding da. Ah, ich verdrück' mich mal mit meinen Scheißsachen. Wie ist die unsichtbar? Ist das die richtige? Ja, ich glaub' schon. Ja, ja. Ich kann mal wieder zum Steakajob noch was neues kaufen. Oh, ne, ich gehe hier unten hin. Dann stunne ich die erstmal schön. ja das greifen die schon an, verteidige doch mal ja jetzt ist sie weg, ist klar was ein Schisser na geh ich wieder oben hin ach du warst weg von mir? ja, hab ich doch gesagt ich steh da oben einfach so na moin ich hab schon wieder 4000 hä, wieso? weil ich die ganzen Kübs hier da mach, oder wat? nein, weil du einfach mal 28 Kets hast weil die 24 ist du als pushen wir hier und riech die, 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 die... was für den Schaden machst du? 164 plus 149 ey wir machen fast gleich die Schaden Rüstung, bist du besser? Divine Rap hier, wie teuer ist das? Divine ist 6000 irgendwas ah, kann ich noch bis zu sparen kannst du erstmal Second-Rally-Coin Ja, jetzt macht die wieder, sagen wir mal, viele das nervt. Ja, aber ich weiß, wer die richtige war. Das habe ich auch voll angegriffen. Jetzt haben wir viel Leben verloren. Achtung. Nein, nein, nein. Ach man, warum habe ich die nicht bekommen? Weiß ich nicht. Junge. Was? Ja, Ricky ist einfach zu dumm, um die Base zu verteidigen, die Creeps. Ja, wir werden hier jetzt hart pushen. Finde ich gerade hier fortified. Trotzdem werden wir hart pushen. Und ich hol mir noch den Turm hier. Nein, tue ich nicht. Oh my God. Ja, kommt viel drauf, einer. Shit. Oh, ein paar Creeps hier. Alter, wieso hat meiner 500 Bewilligungs... Nein, 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 nein. Weil der eine fast tot ist. Nein. Ach so, das war ich, Macker. Ich sehe gar nicht mal, wie schnell man... Achtung, 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 Achtung. Helf mir, Helf mir, Helf mir, Helf mir. Ich muss auch so ein paar Creeps gehen. Ich brauche nur Creeps damit. Ja, ich muss dann nur noch um mein Leben laufen, weil Ursula ist ganz wichtig. Helf mir, 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 Helf mir. Ja, jetzt kommt Nager-Siren und Huska, siehste, siehste... Siehste... Was müssen wir zurücklaufen, sonst kommt Huska... Ja, ist klar. Haaa... Schlaufer mal ganz zurück so zieht wird ich hab 6.000 und muss laufen muss aufwenden auf und den Rund zum Sieg mit Schaub und Euro was für mehr ab wie die Euro oder auch nicht da bei dir ist nahe die Ränder last die Papier auf dem freien Flotter der Eigerst um ich werde Danke dass du so toll ist ja das ist alles viele ich war gerade beschäftigt die ersten jetzt habe ich für 600 ab Ich habe gleich 30 Assists, wenn du die fertig machst. Ja, ich habe schon 81 Kills. Aber ich stelle mich erst mal irgendwo in unseren Regenerationen ein. So, und gleich geht's weiter mit dem weiteren Gemetzel. Bis gleich.